Oh, da muss ich rein. Kommt ein Zombie hier irgendwo? Hier sind so viele Mops, Alter. Das ging aber einfach. Gut, dass du die Mission umsonst gemacht hast. 20 Meter was anderes als das hier. Ich muss wieder mal zum Bazaar, ich muss upgraden hier. Da unten sind Zombies. Hier oben sind keine. Da sind wieder Fußtritte. Blut ist da wieder. Okay. Okay. Mal kurz. Fußstopfen. Führen die nach oben oder nach unten? Okay, das... Ich weiß nicht, wo die jetzt hinführen. Ich kann das nicht sehen. Führen die nach unten? Wie? Was? Was für ein Geräusch? Gut. Da war doch gerade so ein Scanner-Geräusch, oder? Ja, 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 ja. Das, 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 das... Achso, nee. Das ist das... Da bin ich. Ich dachte schon. Da geht schon. Okay. Mal gucken wir mal, was da los ist. Fragezeichen plus Quest hier. Und der Terco-N-Räuche schon wieder. Oh, das ist der gleiche. Was ist denn schön, das hier für mich? Ein-Mann-Packungen. Ja, Dietrich, schwer. Kommt, soll ich hier irgendwo? Nee, oder? Nö. Eigentlich nicht. Aber langsam vielleicht da. Da finde ich manchmal mittlere Schwerer als schwer. Okay. Hier noch eins. Also, die Schweren sind easy. Können auch noch, was da los ist. Geschraubte Keule und Staubfilter. Einziger hat die Kopfbedeckung. Wir schauen wegen Gear. Was ich denn noch habe? Kopfbedeckung. Drei. Drei Nackenmasche. Äh, Gamasche. Mhm. Minus Ausdauer und Nahkampf. Nee, will ich nicht. Ausdauer und Nahkampf. Immer Kacke. Handschuhe. Ach, du Kacke. Ausdauer und Nahkampf ist... Nee, das will ich nicht. Hier Minus... Alles Ausdauer und Nahkampf Minus. Nur hier nicht. Was für der Ausdauer und Nahkampf? Heißt es, es verbraucht... Jetzt warte mal. Es verbraucht weniger. Ich glaube, das verstehe ich falsch. Es verbraucht weniger Ausdauer. Minus 4,5 Nahkampf. Ne? Nicht, du hast weniger. Du verbrauchst weniger. Dann ist vielleicht das auch nicht verkehrt hier. Hm, es ist ja auch so ein... Überlebensdauer. Oh, 6... Das ist ja auch so ein... Also ich glaube, du brauchst weniger Nahkampf Ausdauer. Ich habe es als falsch verstanden. Das ist so ein Kampfding. Habe ich Kampfschuhe? Ja, alles auf Kampf. Kriegt man noch Set? Genau. Hier auch. Du hast ja auch mehr Schaden. Ah, so. Minus Ausdauer, Minus Ausdauer. Ich hoffe, das ist richtig, dass du weniger Ausdauer brauchst, anstatt du weniger Ausdauer hast. Aber es ist ja... Muss ja, weil es sind ja Kampfdinger. So ein Schwert da. Ich denke, das ist schon richtig, was ich so sage. Okay. Die ist jetzt hier gefangen im Aufzug, oder was? Oder was ist da los hier? Oh. Da muss ich rein. Zwei von den Großen. Mhm. Oh, die muss man gucken, was ich hier habe für schönes... Mir hat er gesagt, ich soll das hinwerfen. Und dann soll ich mal probieren mit... Ja, das ist ein bisschen wild hier mit dem Rein da. Das ist ein bisschen viel. Molotow müsste ich haben. Ich glaube, ich habe aber doch keinen Molotow. Ich dachte, ich habe nur doch... Ich soll sie alle auf einen Punkt locken und dann springen. Aber es ist falsche Taste. Jetzt habe ich sie genau dahin gelockt, wo ich hin muss. Ich wollte sie hinlocken und dann was krasses hinwerfen. Wie spreng ich das jetzt? Scheiße, ich habe es hier für den getan. Hallo? Jo, wie spreng ich das jetzt? Achso, F. F, F. Steht da. Ich sehe mich da. Passt schon, F. Ich muss mir die Waffe... Ah, ne, falsche Taste. Ne, ah, die Taste. Die Wurfwaffe. Oh, der passt da hoch hier. Ich muss kurz überlegen. WTF ist das? Warum ist der hier oben? Die Frage ist, jetzt hole ich da noch hin oder nicht? Geht es da nach unten oder geht es da nicht nach unten? Ja, ich weiß doch nicht, Rale. Ich kann mich... Die Steuerung sagt Konsolen, da ist alles so komische Drehmenü, siehst du? Die können es nicht machen, dass du auf der Tastatur einfach drückst hier. Zack. Eins. Zack. Zwei. Nein, du musst die Taste gerückt halten und dann musst du drehen. Oh, da ist ein Stromkabel. Jetzt muss ich eins drücken. Dann muss ich da hin. Wow. Der Größte fällt... Der Größte fällt... Äh, nicht drauf rein. Was, 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 was? Was, 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 Stromkabel? Hier sind so viele Mops, Alter. Ich kann ja nicht in Ruhe irgendwie was machen hier. Zwei kleine Monster hier noch. Yo, 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 yo. Was ist hier? Achso, erstmal zum Generator hin und dann dahin. Okay, okay, verstehe. Komm hoch. Schaffe ich es von da, da rüber? Nee, kommen wir, das geht jetzt nicht. Das ist einfach hier hinten rum. Ja, lass mal rumgucken hier, Kalle. Nicht so einfach das Ganze. Wo hast du schon? Da, der Generator hier. Dann drüben anstecken. Erstmal hier, dann da. Jetzt habe ich es nicht andersrum machen dürfen. Also, wäre das so schlimm gewesen, wenn ich da selbst anstecken hätte? Nein, nur einen Reihenfall gedacht. Was kann ich benutzen? Feinde in der Nähe. Feinde in der Nähe? Deswegen kannst du dich anstecken? Du willst mich doch verarschen. Kein Oh, 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 oh. Oh, oh, oh. Oh, 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 oh. Oh, 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 oh. Feind in der Nähe. Kannste nicht ausdenken. Was ist mit dem? Ne? Da ist ja rechts auch einer. Oh Gott. Ist das hier? Wir sind so eine scheiß Sturm bewaffnet. Braucht denn sowas? Ich brauche irgendwas, was, was... Spitzes. Auch Sturm. Nicht mit dem Großen. Wie Feind in der Nähe. Ich kann keine Taste drücken wegen Feind in der Nähe. Willst du mich verarschen jetzt? Irgendwann der richtige Reihenfolge. Also... Das glaube ich. Irgendwas scharfes Rohr. Hackmesser klingt gut. Mit einem Hackmesser. Ich sehe mich im Hackmesser, sag ich nicht. Kann ich dann auch aufwerten, reparieren. Ist doch nicht so groß scharf hier. Was war denn im Schlamen, Margie? Ist doch nicht so großartig. Ich bin sicher. ja ich glaube den kann man nicht tropfen ich hab halt schon trocken dass ich mich da nicht ausrichten kann wieder hat der getroffene dropkick feinde in der nähe was für feinde ist irgendeiner geglitscht hier da darf ich nicht draufschlagen wir sind keine feinde ja vielleicht ist irgendein mobster irgendwo irgendwo ich kann nicht weiter machen war jetzt wirklich feinde in der nähe gleich es wird bald nacht es wird bald nacht was ist denn mit denen ist doch ich dachte ist das echte hoch oder was ich hab ja keine ausdauer mehr hallo ich krieg ja auch keine ausdauer hier tot ich hänge so am dach und krieg keine ausdauer kann ich schlagen das war's die ganze mission noch mehr krass wegen denen jetzt da war so schiefes dach ich habe keine ausdauer denken ich habe nicht blocken können gar nichts die ganze mission noch mal ja aber das ist doch verbuggt oder das war so viel geschieht so viele bugs und alles ich habe doch keinen so back gesehen bis jetzt hier ist nichts in der nähe dass dort dass du vorhin ist nicht gegen die feine geschütze aber hier ist nichts in der nähe ich habe sogar eine ich habe sogar eine bombe gesünder mitgekommen das ist kaputt das geht nicht vielleicht ist irgendeiner der welt gebackt oder so nachts wird es gleich vorbei und dann ein kreischer steht aber nicht im arsch kann nicht benutzen ne hier ist weit und breit kein ach guck mal hier echt war das wegen dem ne das war nicht wegen dem vielleicht liegt noch so einer irgendwo am boden das war nicht ich weiß nicht ob ich die das aufnehmen kann du viele geschlachterst musst du nur mal kurz weg und wieder hin und dann sind die pakete da anstatt die leichten einzeln saugeil aber hier ist halt niemand doch hier hat was gehört hallo hallo wir müssen jetzt gleich nacht hallo 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 Ich seh auch keinen Feind, man sieht es ja sogar mit dem Scanner. So lila Silhouette ist es. Hm. Ja. Ja. Deswegen spiele ich nicht gerne so Story-Spiele. Obwohl das macht schon ein bisschen Laune, so 2-3%. Aber... Ich will es ja nicht spielen, aber es ist halt unangenehm, sag ich mal. Jetzt kommen wir nach die Nacht und dann Srip. Jo. Oh. 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 Wo? Oh. Oh. Stumpe Waffe einfach von Arsch Den Dropkick schon wieder vergessen Sie hat sich verwandelt, tötet sich, muss man sie töten, hat sich verwandelt LOL Okay, das ging aber Das ging aber einfach Gut, dass du die Mission umsonst gemacht hast Das war's, oder was? Hat sich ja gelohnt, die Mission zu machen Hier ist ein zufälliger Begegnung, da oben müssen wir dahin Achso, wir müssen natürlich hier einlaufen Gibt's nix, oder was? Jo Nein, nein, was? Was denn? Am Samstag Schweinereien machen, sagst du? Na gut Hat auch Spätze gemacht, dass sie da waren Dann bist du nächstes Mal Schön Samstag Ich bin hier Leider nicht Sie Sie hat's hinter sich, Aether Sie hat mir das Leben gerettet Wer war's? Die Freak vom Bazar? Nein, es ist Halt Einfach so passiert Wir müssen das Windrad zurückerobern Deshalb hab ich Einheiten zum Bazar geschickt Schon wieder keine Ausdauer Ich habe gehört, dass der Tunnel durch die Explosionen versperrt wurde Tut mir leid Das Stadtzentrum wird wohl noch etwas warten müssen Ist schon in Ordnung Ich muss sowieso zuerst etwas zurückholen Da springen wir auch noch So keine Ausdauer genug wieder Aiden? Lebst du noch? Tja, dir hab ich das nicht zu verdanken Die Leute vom Bazar sind komplett durchgedreht, Aiden Sie metzeln die WKs ab Mich hätten sie auch um ein Haar erwischt Was ist denn das? Welche ist denn das? Besser, das oder das? Können wir einfach auch so vier Stück haben Ich komm dich holen Nicht nötig Hast du den GRE-Schlüssel? Ich hab alles, Amigo Komm zu Sarah und Jana Der Tunnel zum Stadtzentrum ist versperrt Ich hab ne andere Idee Beeil dich Okay Ich muss mal irgendwo hingehen und was upgraden Das ist schon viel zu lange hier Ohne irgendwelche Sachen Sind da noch andere? Was machen die hier? Oh, aua, wo? Wow, wow, ist das eine Stärke oder was? Aua Ey, ich komm hier nicht aus der Ecke raus Hallo Ich komm hier nicht aus der Ecke raus Wow, 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 wow Komm doch da weg Hallo, jetzt häng ich hier fest, ist im Bett Hey, jetzt häng ich da im Bett fest Und krieg keinen Ausdauer, weil ich da Geht das denn mit deinem Sprung nicht? Hallo, wieso geht das nicht mit dem Springen? Jetzt hat Wow, 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 das kann doch nicht sein Wie ist denn das? Ey Das kann doch nicht sein, dass es nur manchmal geht Das ist doch Nein, was drück ich? Das hier Spring doch Ich weiß nicht, wie dieser Sprung hier geht Im Video haben wir das permanent gemacht Hm